Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Ja und damit willkommen zur Formel 1 2018. Wir sind im Qualifying. Jawohl. In Russland. Ja. Gut sagen. Gehen wir gleich raus, oder? Ja. Und los geht's. Schauen wir mal, welche Position wir hinbekommen. Hier Training 1 und 2 waren ja sehr gut eigentlich. Und da sollte es eigentlich schon klappen. Aber ich fahre nochmal. Wurde schon. So, was jetzt schaut ganz human aus. Das war's. Das heißt, das geht besser. Das geht besser. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich hab's gerade gemerkt. Wow, was geht jetzt ab? Okay, das war besser. Könnte aber noch besser sein. Boah, ich muss hier nicht so statt abbremsen. Das müssen wir noch ein bisschen melken. Okay. 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 Das war's. Okay, kurz auftanken. Und schauen, ob wir noch eine Runde schaffen. Ich meine aber ja, Duellplatz 8, ja, sollte klappen. Funktioniert. So, 9 Minuten haben wir noch, aber super. To the next. Let's rock. So, 10 Minuten haben wir noch. Okay, die Runde ist nix. Um zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay. 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 What? Okay. Okay. There used to be a fare. Okay. So, jetzt habe ich mir das noch Search gemacht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die Runde ist mega Zwar nicht sauber gefahren, aber Ich hoffe, dass die Zeit passt Okay, zwei Amiga, gleich, 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 gleich Okay, die Runde ist mega Und ich bin ein bisschen schlechter Okay, jetzt drei nur noch Aber ich hoffe, es muss bleiben Wäre natürlich mega Und ich bin ein bisschen Okay, rechts ist Benzin noch Nein, okay Frage geklärt Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei Wow, genau auf die Saison Was, noch sechs? Hätte ich jetzt nicht gedacht Hätte drei bleiben können Eins, fünf und dreißig Acht Ja gut Naja, Position sechs Mega Können wir was draus machen So Gut gemacht Das war eine tolle Leistung im Qualifying Merci, merci Okay, dann sage ich mal Bis zum Rennen In Sochi Ciao Bis nächstes Mal Euer Svisi Tschüss 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 immer